Welche Unternehmer kennt es nicht, jeden Tag Entscheidungen treffen, Lieferanten auswählen, Rechnungen bezahlen und mit Mitarbeitern zu tun haben? Und kann das wirklich jeder immer perfekt oder will man manchmal wieder Kind sein und einfach nur sagen, so wie mein zweieinhalb Jahre alter Sohn, ich will ein Eis und will schaukeln gehen? Das wünschen wir uns doch als Unternehmer doch auch immer wieder mal. Und jeder, der sich das wünscht, der sollte sich einfach mal das BNI-Netzwerk anschauen, weil dort kann er einfach einen Zugang bekommen in eine große Gruppe von lauter Unternehmern, die nicht im Wettbewerb zu ihm stehen und sich einfach Leistungen einkaufen, die schlicht und ergreifend sein Leben unterstützen. Er muss keine Lieferanten mehr aussuchen, weil er sieht sie wöchentlich. Er muss viele Entscheidungen vielleicht nicht mehr alleine tragen, weil er kann sich einfach einen Rat holen von einem Profi, den sieht er nämlich auch jede Woche. Und in diesem Zusammenhang kann er auch noch all diese Leistungen nicht nur beziehen, sondern er kann auch noch seine Leistung loswerden. Das heißt, er hat auf jeden Fall eine Gruppe gefunden, die für ihn einen Außendienst übernimmt, so dass er seine Produkte entsprechend verkauft und vermarktet bekommt, wie er es auch aus der Gruppe bezieht. Das war mein Netzwerktipp. Ich kann nur jedem jung oder auch schon erfahrenen Unternehmer empfehlen, sich einem solchen Netzwerk anzuschließen, weil hier findet er für all seine Bedürfnisse und Probleme Lösungen.